Seid ihr grüßt ihr Abenteuer und willkommen zurück zu Let's Play Dragon Quest 11 Streiter des Schicksals, immer noch beim Pfad der Drangsaal und zwar der letzten Prüfung, die jetzt noch offen steht da haben wir beim letzten Mal leider, ja, total daneben gehauen aber ich hab die Vermutung, dass es auch mehr so eine Art Puzzle ist also das, vom reinen Kräfte-Maßstab her, müssten wir das eigentlich schaffen können denn wir haben immerhin die Maximalstufe und unsere Ausrüstung ist auch bei weitem nicht die gammeligste deswegen kann es eigentlich nicht sein, dass wir diese letzte Prüfung nicht irgendwie schaffen können ich hab mal ein bisschen gegoogelt und hab aber auch da nicht herausgefunden wie jetzt die Gesetzmäßigkeit des Verstärkungsrufens von Großmeisterin Peng ist von daher würde ich sagen, versuchen wir jetzt bei den ersten beiden Kämpfen einfach mal die bestmögliche Kampfbesetzung herauszufinden weil wir ja bei den letzten noch gar nicht wissen, was da kommt ich würde sagen, dass wir beim zweiten Kampf auf jeden Fall Veronica nehmen warum? Dieser Helmo Luske, den wir besiegen müssen der hat offensichtlich mindestens 2000 Lebenspunkte ihr habt ja gesehen beim letzten Mal, wie krass wir auf den Single Target Damage gemacht haben und er ist trotzdem nicht schnell gestorben und Veronica sollte mit ihrer Magie Explosion die einzige sein, die überhaupt in der Lage ist die ganze Gruppe von diesen Viechern auf einen Schlag zu töten und das musste auch passieren der zweite, der dabei ist, ist eigentlich fast egal beim ersten Kampf finde ich es nicht so einfach da würde ich Charaktere nehmen, die ein bisschen Aoe Damage machen können also Bodo und Rionaldo vielleicht ich will den Lichtbringer eigentlich dafür noch nicht aufwenden weil ich glaube, dass ich den später gebrauchen könnte hier nehmen wir mal Eric hier nehmen wir wir können ja, es ist nicht so einfach es ist wirklich nicht so einfach nehmen wir es erstmal so ich würde es erstmal so nehmen und das ausprobieren ok, starten wir mit den beiden wir machen bei Rionaldo was ist denn am besten? am besten ist eigentlich also die pinke Piorette macht natürlich Schaden und der Goldrausch macht viel Schaden was jetzt aber mehr Schaden macht habe ich gar nicht so eine große Ahnung das war jetzt gar nicht mal so schlecht und bei ihm machen wir jetzt, glaube ich Krack war ja gar nicht schlecht oder ist das Perlentor besser als Krack ich weiß es nicht ich mache jetzt erstmal Krack das wird dein Blutkopf kalt machen ja, und da überlebt jetzt ein einziger und da wird vermutlich Großmeisterin Peng jetzt Unterstützung herbeiholen das war klar das sind auch leider die ich mache jetzt mal Perlentor steigert die Effektivität der Zauber des Nutzers erheblich keine Ahnung ich mache mal Perlentor ich weiß nicht, ob das stärker ist na, nicht wirklich so, pinke Piorette jetzt sind noch zwei übrig trotzdem holt sie Unterstützung dabei es hat also nichts damit zu tun dass vielleicht noch einer übrig bleibt oder so es ist einfach ja, sie macht es einfach, wie sie Bock hat und das wird natürlich langsam ein Problem denn ich kann logischerweise nicht endlos hier dafür meine wertvollen Züge verballern und da bleibt jetzt noch ist jetzt noch ein Mias mal über mein Smog und schon wieder holt sie Verstärkung das ist halt es ist teilweise, glaube ich wirklich eine Glückssache es ist wirklich eine Glückssache, glaube ich oh warum hat der denn jetzt so krass getroffen und sie holt wieder Unterstützung aber ja, ich kann das jetzt endlos weitermachen und es wird es wird einfach denselben Effekt haben es ist einfach es ist nervig gefällt mir nicht wirklich, muss ich sagen also da haben mir die anderen Prüfung besser gefallen weil das ist so das hat so viel was von random ich habe keine Ahnung so können wir den jetzt vielleicht mal mit einem Finger der Gerechtigkeit umbringen oder so elf Aktionen für eine einzige so jetzt haben wir den Helmolusken ähm ich würde sagen du machst erstmal Magie Explosion alleine ist vielleicht gar nicht mal stark genug jetzt auf einen Schlag sie hatte doch eine Fähigkeit womit sie warte mal Aggressionstraining du kannst ihn ja schon mal ein bisschen anrösten mit dem Zwillings Falken Heap so und jetzt machen wir die Magie Explosion und dann müssten eigentlich alle tot sein thank you und so weit waren wir nämlich bisher noch gar nicht 14 Aktionen so jetzt kommt glaube ich das mit dem Luminary und Eric oder? okay oder Eric und Serena oh das ist gut das ist sehr gut also Moment das ist Single Target da ist Serena natürlich nicht gut für aber Eric ist dafür gut Eric ist dafür ganz gut wir machen Spalter und Volltreppe was kann sie denn mal machen ich frag mich gerade was sie am besten mal machen kann Megastärkung Multibeschleunigung das einzige was sie machen kann ist halt mit Brasaus schon mal ein bisschen Schaden gegen den machen das macht halt echt nicht viel Schaden okay okay das tauchen da jetzt für Feinde auf what the dick naja machen wir erstmal Volltreffer gegen diese blöde Büchse das reicht noch nicht mal wie viel Leben hat das Vieh denn guckt euch an wie viel Leben das Ding hat okay machen wir mal auf eine Gruppe von Gegnern ist scheiße machen wir mal schwuppdiwupp na aua Eric's Doppelgänger verschwinden ist natürlich kacke aber vielleicht reicht das sogar schon nochmal 500 die lebt immer noch ich fass es nicht ja wir müssen halt wir müssen jetzt mal die Vollheilung machen haben wir müssen auf sie hat ein ist das 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 ist halt kacke, weil, wie gesagt Ich brauche jetzt vermutlich endlange, um die alle zu töten Ich mache jetzt mal einen normalen Angriff Das sollte ja wohl jetzt mal reichen So, jetzt haben wir Ich weiß halt nicht, ob Schwuppdiwupp wirklich Brasaus ist halt Nochmal Schwuppdiwupp Die werden davon einfach nicht betroffen Die werden davon nicht betroffen Also Serena ist im Prinzip Hier auch nicht zu gebrauchen Wobei, die haben offensichtlich nicht viel Moment mal, die haben nicht viel Leben Offensichtlich haben die nicht viel Leben Na, wobei so wenig Leben haben sie offenbar auch nicht Aua So, jetzt machen wir hier nochmal den Volltreffer Das hat gereicht Und jetzt machst du hier nochmal Brasaus Und dann ist die weg So, wie viele Aktionen hatten wir jetzt? 26, okay, das schaffe ich nicht Okay, die Saat der Verdammnis nähert sich Ein Manticore und ein Drache Kältekombo war nicht schlecht, oder? Gigaschlitzer Gigaschlitzer Wie viel Leben haben die Viecher Wie soll ich die jemals besiegen? Haut Und jetzt holt sie auch noch Unterstützung herbei Ich glaub, ich glaub, mich piept ein Schwein Keine Ahnung Sehr gut Drachenduett Koordinierte Keile Mit denen an einzelnen Gegnern kurz und klein geschlagen wird Was ist das alles? Feuriger Fußfeger Hm Blitzgewitter Rosa Orkan Rosa Tornado Rosa Orkan auf alle Ja Und du machst jetzt mal Den Quadra-Hieb Okay Ich kann mir vorstellen, dass der ganze Scheiß einfach nicht endet Bevor ich nicht Manticore und Drache getötet hab Weil Ja Höllenschlange Und Quadra-Hieb Wie der Manticore immer noch nicht tot ist Wie Jade gleich tot ist Ganz ehrlich Schwertanz Und Und Nein Bringt sie um Jetzt sind beide gestärkt Ich denke, ich mach mal Nein, Quadra-Hieb Reicht zwar wahrscheinlich für den Phönix nicht, aber Das war klar Mann, ich hasse euch alle Ich hasse euch Abgrundtief Es ist nämlich das gleiche Gewirrm wieder wie vorhin Abrakadabro Schwertanz auf den Phönix Das waren noch mehr als 35 Weil es ist halt ein Anleitungsbuch mit dem Titel Urikalkum Fasst ihr eine Erz Äh, weil es sind Imperiale Klinge Urikalkum-Klauen Meteor-Armschiene 39 Aktion Na, immerhin kriegen wir dann noch göttliche Gewandungen Äh Anleitungsbuch mit dem Titel Göttliche Gewandungen Apollo Krone Palium des Potentaten Ja Ich will das überwinden Jede einzelne Herausforderung Die der Vater Dangsal zu bieten hat Ja, aber wir haben ja immer noch nicht das Was wir wirklich wollten Nämlich 30 Züge Ganz ehrlich Ich weiß nicht, wie man das in 30 Zügen schaffen soll Äh Ich hab mich in der Runde In der dritten Runde Hab ich mich schwer getan In der ersten Runde Also die erste Runde Kann definitiv noch besser laufen Und die dritte Runde Und die vierte eigentlich auch Aber ich wüsste jetzt nicht, was ich da groß an Charakteren austauschen soll Ehrlich gesagt Das wüsste ich nicht wirklich Man könnte In der ersten Runde Könnte man statt Hendrik Serena reinnehmen Und dann könnte man Ja Also man könnte Hendrik dann mit Eric Und Hendrik kann halt Der macht halt mehr Single-Tard-Damage Als Als Serena Und das ist in der dritten Runde eher wichtig Aber was macht man dann in der vierten? Die vierte ist eigentlich so, wie sie ist Auch schon okay, würde ich sagen Also da kann man nicht groß was ändern Wir müssen uns mal angucken, was die Imperiale Klinge kann Die Imperiale Klinge ist glaube ich auch eine Eine sehr, sehr starke Waffe Kann man hier nicht sehen Für feige Schmiede müssen wir hier wahrscheinlich gucken Bi-Händer Imperiale Klinge Können wir sogar machen Ein Bi-Händer, der bis zu einem geradezu unglaublichen Grad gehärtet wurde Womit es wahrscheinlicher ist, damit kritische Treffer zu erzielen Ja Bei plus drei Kommen wir sogar auf plus acht Prozent Hoch Das ist ziemlich heftig Und ist wie gesagt eine der stärksten Waffen im Spiel Na also das Berserker-Schwert macht zwar mehr Schaden, aber man hat diese Chance auf kritische Treffer nicht Das ist halt richtig gut Die finde ich echt nicht schlecht Der Metallkönig Bi-Händer zum Beispiel macht auch mehr Schaden, aber da auch wieder Keine Chance auf zusätzliche kritische Treffer, ne Also das ist schon Ist schon entscheidend irgendwie so ein bisschen Ich würde sagen, wir probieren das nochmal Stab des Feenkönigs und strahlendes Schwert wollen wir schon haben Rionaldo, Serena Ich habe mit Henrik ja im Prinzip hier auch nur Single-Tarded-Damage gemacht Von daher nehmen wir hier Veronica und wen hatten wir hier noch Ah ne, hier hatten wir Bodo Gar nicht mal Bodo und Rionaldo Dann kann ich Serena hier reinnehmen Genau, ich hatte hier Henrik Aber Henrik würde ich dann lieber mal hier ausprobieren Wobei wir dann hier niemanden haben, der Jade war hier schon gut eigentlich Dann habe ich hier niemanden, der Ah, das ist eigentlich auch scheiße Eigentlich müssen wir es so machen Wir probieren es jetzt mal so aus Ist Goldrausch besser? Nein Goldrausch ist nicht besser So, da kommt die Unterstützung Nochmal krack Und pinke Piorette Oh, der eine ist irgendwie verwirrt da Da kommt jetzt wieder die Verstärkung Probier es nicht Ja, probieren wir es wieder mit der pinke Piorette Und Krack Ich glaube, Bodo hatte nichts, womit er seine Zauber verstärken kann, oder? Ach, scheiße Fucking hell, man, ey Fucking hell Pinke Piorette Krack Mann, ey Es endet einfach nicht Es ist derselbe Scheiß wie die ganze Zeit Passiert immer nur dasselbe hier Ja, das dürften wieder elf Züge sein Ja, elf Aktionen Weniger kriegt man hier offenbar nicht hin Also ich wusste zumindest nicht wie So Ähm Die Magiepunkte beider beteiligten Werden ausdampfslos aufgebaut Um einen zerstörerischen Zauber Der alle Feinde erfasst Ganz ehrlich, das mache ich jetzt Jetzt müssen wir mal gucken Vielleicht reicht das sogar schon Ui Ha Okay So Ich würde sagen Einmal den Spalter Und du kannst schon mal Was macht sie denn mal am besten Blitzstoß Blitzgewitter Stoß Wirbel Die Kälte-Kombo ist halt auch schon Die Kälte-Kombo ist eigentlich ziemlich gut Okay Vielleicht nicht unbedingt gegen das Vieh Na, die Unterstützung Die ist eigentlich relativ egal So Jade kann jetzt nämlich die ganze Zeit Rosa Orkan machen Die anderen haben ja nicht viel Leben Das ist egal Jetzt machen wir den Volltreffer Auf das Ding hier Und direkt den Volltreffer Auf das Teil Und du machst Was machst du denn mal schönes Du machst die Kälte-Kombo Stoßwirbel Auf das Ding hier 18 Aktion Leute, das sieht gar nicht mal schlecht aus So Schwerttanz Auf den Manticor Zwillingsfalkenhieb Auf den Manticor Jetzt kommt Unterstützung Ich kümmere mich aber erstmal Um die beiden Schätzchen Ähm Manticor Tot Zwillingsfalkenhieb Auf die Höllenschlange Und Schwertanz Auf die Höllenschlange Oh, sehr gut Jetzt müssen wir mal gucken Was können wir für eine Aktion machen Donnernde Hufe Metzelt Monster Mithilfe 2 Heranstürmer Hengste Auf willkürliche Weise Nieder Eiszapfen in Richtung Aller Gegner Blitzbeil Ich hab keine Ahnung Welcher Ich hab keine Ahnung Nehm mal donnernde Hufe Ich hab keine Ahnung Wie stark das ist Ich weiß es nicht Ok, mein Bildschirm ist kaputt Ok, ehrlich gesagt Ich hasse dich Oh shit Oh shit Ach fuck Scheiße Scheiße Mann ey Oh scheiße Es wird schon wieder so wütend Bei dieser Kacke Ne Das ist unfassbar Das sah so gut aus Und dann wieder so eine Scheiße hier Und wieder Verstärkung Das ist doch schlechter Als beim letzten Mal sogar Ich hab keinen stärkeren Angriff Als das Was soll ich denn sonst machen Ich habe keinen stärkeren Dings Angriff Gigaschlitzer vielleicht noch Stark ist der Ja, ein bisschen stärker Stärker als Quadra-Heap Auf jeden Fall Das war schlechter Das war schlechter Als beim letzten Mal Das war schlechter 32 Aktion Ja gut, okay Stab des Feenkönigs kriegen wir Dann müssen wir uns den Fad Äh, den Stab des Feenkönigs Mal Mal anschauen Ähm Stellarkleid Stab des Feenkönigs Jedweder erlittener Schaden Sinkt um 5% Jede Runde werden 10 LP Wiederhergestellt Okay Kann man natürlich auch noch verbessern Allgemeine Schadensreduktion auf 10% Lebensregeneration 25 Magische Heilkraft plus 75 Was hat denn ihr bisheriges Teil hier Oh Der Stab des Feenkönigs ist ganz schön gut Das Ding ist auf plus 3 richtig gut Ja Serenikas Haarreif Und äh Das Kleid Das müssen wir noch verbessern Das haben wir bis jetzt noch nicht gemacht Genauso wie den Ring der Wandlung Den wir auch noch verbessern müssen Also Es gibt schon noch Möglichkeiten Da irgendwie ein bisschen nach oben zu kommen Mit gewissen Dingen Na Henrik ist schon ziemlich heftig hier Ja Ich würde sagen Wir machen es nochmal Einmal probiere ich es jetzt noch Und ich fand So wie wir es hatten War es ganz gut Hier Veronica Und Serena Hier werden wir jetzt das Problem haben Dass die nicht mehr gestärkt sind Warte mal eben Wie ist denn das Wenn wir hier Ausrüstung Gegenstand Und dann haben wir doch diese Kirschen hier Wo sind die Hä Ich weiß jetzt leider nicht wie die heißen Das war irgendwas mit Kirschen Na ich finde sie jetzt auch nicht Was ist das für ein Kind Einmal Ist das für ein Kind Ach keine ahnung ich sehe es nicht ja wie gesagt ich probiere es noch einmal und dann dann war es das donnernde hufe wie gesagt war halt auch nicht wirklich gut den zug hätte ich besser verwenden ich überlege gerade ob man mit ihm irgendetwas besser machen könnte steigert die nein 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 das bringt alles nichts das ist doch alles egal dramatische deklamation des ritter stolz ist welch die eingriffs- und abwehrkraft des äußeren steigert mal sehen ob das was bringt so was kann man bei ihm machen unendliche weisheit das waren jetzt zwar zwar von zwei züge aber eventuell eventuell lohnt sich das das zum beispiel sei jetzt schon mal nicht so schlecht aus und wenn wir jetzt hier mit krack alle weg hauen können wäre das natürlich super können wir leider nicht es wäre auch zu schön gewesen aber wir machen mehr schaden und da wir ja eh immer in so einem cycle hier gefangen sind ist es glaube ich auch scheißegal ob ich die züge jetzt so verwendet ja es sah schon ziemlich heftig aus so pinkie piorette fuck also wir haben jetzt glaube ich schon sechs züge benutzt und jetzt sind es dann glaube ich acht es endet einfach nicht ich kriege das unter elf aktionen nicht hin und ich weiß nicht was ich da tun soll ich weiß es einfach nicht vielleicht sind es einfach elf aktionen punkt in dieser runde vielleicht ist das so oh gut ich habe eine aktion gewonnen die ich jetzt auch gleich aber auch wieder verliere weil ich nicht glaube dass eine magie explosion bei der hin bei dem helmolusken ding reicht oder es reicht nicht aggressionstraining müssen wir machen es wird sonst nicht reichen das weiß ich jetzt kannst du ruhig verstärkungen holen das ist alles ok und dann machen wir magie explosion und dann ist schicht im schaft ich glaube alleine würde das nicht reichen für den helmolusken ich will es jetzt auch nicht ausprobieren jetzt haben wir 13 aktionen spalter der nutzer opfert abwehrkraft um alle angriffe mit mir ja gut da ist die kälte kombo stärker und dann passiert sowas ganz ehrlich das ist doch schon wieder für den arsch und dann auch noch jade schläft tief und fest verfluchte kräfte kacke noch mal alt alt ja das ist so scheiße das ist einfach so kacke das ist unfassbar kälte kombo auf Platinum-Bot. Ja, und das war's dann. Ne, das war's dann jetzt im Prinzip schon wieder. Da können wir auf fliehen gehen. Und, äh, damit habe ich auch keinen Bock mehr. Für heute. Wieder ein Video verschwendet mit diesem Gammel. Muss man ganz ehrlich sagen. Wieder nur random Scheiße. Ich hasse diese letzte Prüfung. Wir haben sie fast komplett geschafft, aber ich hasse sie. I want you for an adventure. Wir haben sie schon wieder. ... Untertitelung. BR 2018